Servus zusammen! Heute machen wir mal ein bisschen Aquarienpflege, sprich wir haben ein paar Korallen, die sich ein bisschen vernesseln. Wir müssen die Wasserwerte checken, dann müssen wir noch mal ein paar neue Korallen einkleben und da nehme ich euch mit. Es ist also einiges zu tun, alles hier in einem kleinen Aquarium, weil wir haben natürlich hier auch das Problem, dass wir Steine benutzt haben, die halt auch schon mal benutzt worden sind, die schon mal im Wasser waren und die geben natürlich auch noch Nährstoffe ab, das müssen wir natürlich ein bisschen unter Kontrolle halten und deshalb ist es halt wichtig, regelmäßig auch die Nährstoffwerte zu checken, dass die halt nicht zu hoch sind. Ich habe dort auch Phosphatabsorber drin, der Abschäumer läuft und das werden wir alles sauber machen. Wir werden die Wasserwerte checken, gucken, ob wir halt den Phosphatabsorber tauschen müssen. Zudem sind halt noch ein paar kleine Kugelalgen aufgetaucht, die wir auch entfernen und da nehme ich euch mit. Wir haben jetzt extra nur einen kleinen Wasserwechsel gemacht, weil ich nur noch ein bisschen Wasser übrig habe von meinem automatischen Wasserwechsel. Das hier ist das Frischwasser, das ist das Abwasser und das kippen wir jetzt einfach nach. Das sollte ungefähr damit hinhauen, mit der Menge, die wir rausgenommen haben, sodass die Dichte auch gleich bleibt und so können wir halt direkt den Frischwasserkanister direkt wieder neu aufsetzen. Wir haben so direkt wieder für die nächsten zwei Wochen Ruhe und der Wasserwechsel läuft automatisch weiter. Und das brauchen wir, um das Wasser hier wieder aufzufüllen. Und dann werden wir gleich sehen, wenn die Nachfüllautomatik angeht, dann haben wir immer noch zu wenig Wasser. Dann muss ich direkt Neues ansetzen. Ansonsten passt das. Die Dichte ist natürlich auch aufeinander abgestimmt. Ich habe hier immer eine von 35 PSU. Und hier siehst du auch, warum ich unbedingt mit den Korallen was machen muss. So die große Alphylia hier, die kommt zum Beispiel raus und dann gucken, was ich noch rausnehme, um einfach ein bisschen Platz zu schaffen und halt so ein paar Korallen hier einzulegen. Dann sind hier noch ein paar Ableger, die werden auch ins andere Aquarium rüber wandern. Also so, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Ah, hier ist mein Kollege, der mir hilft gegen die Kugelalgen. Sag Hallo. Aber trotzdem bleibt es immer noch meine Verantwortung, zu schauen, dass hier nichts in der Plage wird. Das sind aber gute Helfer. Hi. Guck mal, hier ist direkt der Kollege. Beide beisammen, hier und der Monty. Ah, wird spannend. Und wie viel ist es zu viel? Ah, doch schon kommt ein bisschen Frischwasser rein. Müssen wir gleich unbedingt die Dichte mal kontrollieren. Wer hat jetzt bestimmt 100 Milliliter. Der Mini-Wasserwechsel, der ist erledigt. Wir konnten ein paar Kugelalgen entfernen. Und jetzt checken wir mal die Wasserwerte. Wie gesagt, warum so ein kleiner Wasserwechsel reicht, ist halt sehr, sehr einfach, weil bei diesem Becken wird jeden Tag 1% Wasser automatisch gewechselt. Das habe ich einfach mit den beiden Dosierpumpen, die da drin sind, gemacht, weil es ist für mich total einfach. Gerade da ich viel unterwegs bin beruflich, macht es für mich Sinn, die Becken möglichst automatisiert laufen zu lassen. Und ich habe so halt immer direkt einen Nachschub an Spurenelementen, an Kalkversorgung. Muss natürlich schauen, ob ich halt früher oder später noch was zusätzlich dosieren muss, ob das ausreicht. Ich habe hier schon mal meine Schale vorbereitet mit dem Test, die wir heute machen. Ich habe hier eine Spritze, ich habe den HANA-Checker, den Spinner Cube. Und zuallererst werden wir mal die Dichte messen, gucken, wie die ausschaut, ob da alles passt. Wir haben hier eine Dichte von 35 PSU, also genau meinen Zielwert, den ich hier auch halte. Hi Bixby. Also die Wasserwerte schauen soweit ganz gut aus. Ein bisschen Kalzium muss nachdosiert werden, das werde ich gleich machen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen. Ich bin kein großer Freund davon, dass die Korallen hier alle am Boden stehen. Das sieht immer, finde ich, halt sehr unaufgeräumt aus. Und ich habe es lieber, wenn halt die Korallen auf den Steinen drauf sind. Da sind auch ein paar dabei, denen geht es gerade nicht so gut. Deshalb schauen wir, dass wir denen optimale Verhältnisse schaffen. Und deshalb ein paar vernesseln sich auch. So, das müssen wir auch unbedingt ändern, weil sonst war es das mit der Koralle. Und das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir die meisten Korallen von den Ablegersteinen getrennt, sodass sie halt nicht störend im Riff sind. Sondern wir die halt schön einkleben können und das halt nicht ganz so furchtbar ausschaut, als wenn du jedes Mal einen dicken, dicken Stein drin hast. So, jetzt sind wir die Korallen von den Ablegersteinen getrennt. So, jetzt machen wir unsere Korallen-Bereich-Geräusche fest. So, jetzt sind wir die Korallen-Bereich-Geräusche fest. So, jetzt machen wir die Korallen-Bereich-Geräusche. So, jetzt können wir die Korallen-Bereich-Geräusche fest. Untertitelung. BR 2018 So, jetzt haben wir auch die Korallen wieder ein bisschen sortiert, wieder angeklebt. Die Koralle, die sich miteinander vernesselt hat, also ich habe eine Gorgonie rausgenommen. Was bleibt jetzt noch? Einmal wieder Salz ansetzen, damit wir halt für einen automatischen Wasserwechsel haben. Also einfach wieder Salzwasser haben. Da habe ich hier schon mal 5 Liter vorbereitet. Das ist nur reines Osmosewasser. Da gibt man jetzt das Salz rein. So, einmal tarieren. 0 Gramm. Wunderbar. Wir müssen jetzt halt einfach ab. Bei dem Salz brauchen wir 40 Gramm, die wir brauchen pro Liter. Also 200 Gramm insgesamt. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo ich den Deckel hingetan habe. So. Haben wir das auch erledigt und jetzt brauchen wir noch mal kurz den Deckel. Den habe ich irgendwo, ich habe den eben extra rausgesucht, aber irgendwo fliegt der jetzt rum. Ich schaue mal eben nach. So. Glück gehabt, da ist er. Deckel drauf und shake it. Dann haben wir aber eben noch festgestellt bei den Wassertests, dass Kalzium ein bisschen niedrig ist. Sprich, da sollte man anfangen, das nachzudosieren. Einmal zum Ausgleichen und danach nachdosieren. Und da will ich mal was Neues ausprobieren. Vielleicht hast du schon Erfahrung damit. Kannst mir da ein bisschen helfen. Weil ich will es diesmal mit Kalkwasser probieren. Kalkwasser und das aber über die automatische Wassernachfüll, über diese, ja, über die automatische Nachfüllanlage. Dass das halt mit dem Osmosewasser gemischt wird, will ich das halt, das automatisch da dosiert wird. Ist für mich das Einfachste. Ich brauche keine zusätzlichen technischen Geräte. Und durch den ständigen Wasserwechsel gibt es da eh mal eine kleine Korrektur. Aber es reicht halt nicht. Und deshalb will ich das mal mit Kalkwasser ausprobieren, weil das für mich, in meinen Gedanken, so wie ich das gelesen habe, wie ich mich informiert habe darüber, also ich bin da auch komplett neu, die einfachste Variante, wie ich halt den Kalziumwert stabil halten kann. Ich fange auch eher mit einer geringeren Dosis an. Sprich, ich gebe auf meinen Nachfüllbehälter, der hat roundabout. Ja, ne? Können sogar 5 Liter reinpassen. Also etwas mehr als eine Gallone. Aber ich fange trotzdem erstmal mit einem Teelöffel an, weil das ist ein sehr, sehr ätzendes Zeug. Und das erhöht auch extremst den pH-Wert, was ja eigentlich so ein guter Effekt ist. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. Try and Error. Das ist, um genau zu sein, Calciumhydroxid. Und da brüllen wir jetzt einfach mal ein bisschen was von ein. Zu viel. Das sollte nicht in die Augen kommen. Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tipps zur Anwendung von Kalkwasser geben. Vielleicht mache ich jetzt auch die reinste Katastrophe. Aber schreibt es dann bitte einfach unten in die Kommentare. Und ich wäre euch sehr dankbar für Hilfe hierbei. War ja klar, ein Saugnapf verloren. So, haben wir das. Jetzt nochmal ordentlich Salz schütteln. Dichte kontrollieren. Und dann kann das auch wieder rein. Dann können wir auch die automatische Nachfüllung, beziehungsweise den automatischen Wasserwechsel wieder anschmeißen. Dann läuft das wie gehabt und dann nur noch Scheiben putzen. Dann haben wir es geschafft. Unbedingt was zuverlässiges. Noch mal ein bisschen. Sind schon ganz nah dran. Aber ganz nah reicht halt nicht. Entschuldige ich diese Kameraaufnahme. Der mit dem orangenen ist der mit dem Zulauf. Das war jetzt mal ein bisschen Pumpen. Dass der hier wie es reinläuft. Der dürfte sich jetzt ein bisschen vollgezogen haben mit Wasser. So, dass wir ihn hier schön jetzt unten hin platzieren können. Ich weiß nicht, ob du es auf der Kamera siehst, aber hier auf dieser Höhe ist der gerade. So, dass der halt auch schön von unten das Wasser zieht. Mit dem zieht der raus. Mit dem füllt der nach. Eigentlich, ich habe die gerade getauscht. Tauscht man nochmal ein bisschen. Was mir eigentlich lieber ist, wenn der, wo der rauszieht, vor dem ist, wo der reinlässt. Weil das Wasser strömt ja hier rein. Der zieht hier raus. Das frische Wasser soll direkt ins Becken verteilt werden. So, dann zeige ich euch jetzt noch, wie das alles ausschaut, wie der Aufbau geworden ist, wie die Korallen da stehen, was da für neue, tolle Tiere dabei sind und was sich so noch geändert hat. Aber wie gesagt, erst, wenn die Korallen sich ein bisschen erholt haben. Das war es mir, das war es mir. Untertitelung des ZDF, 2020